Sorgen, wieder erstarkte Dortmunder für das Aus von Niko Kovac beim VfL Wolfsburg. Schauen wir ganz kurz auf die Partie Wolfsburg gegen Dortmund, schauen wir auf die Aufstellung. Kuhn Kastels ist immer noch leicht angeschlagen. Er könnte, wenn er ausfallen sollte, wieder durch Perwan ersetzt werden. Einen weiteren Ausfall haben wir in der Abwehr. Rogerio mal wieder verletzt. Für ihn wird Mahle, denke ich, auf die linke Seite rutschen. Und wenn das so kommen sollte, dann wird Baku auf die rechte Seite für Mahle rutschen. Kleine Alternative wäre, Mahle bleibt auf rechts, Fischer würde dann auf links rutschen. Ich rechne aber eher mit der Version um Baku herum. Dann defensives Mittelfeld, Fransch ist wieder fit. Und wenn Fransch fit war, hat er eigentlich auch gespielt. Das würde bedeuten, Svanberg dürfte wieder auf der Bank Platz nehmen. Und Czerny könnte den zuletzt wirklich nicht gut spielenden Paredes auf der rechten Seite, beziehungsweise auch im Wechsel mit Maier auf der linken Seite ersetzen. Das heißt, hier rechne ich mit Czerny und Paredes auf der Bank. Schauen wir rüber zum BVCB, zu den Dortmunder. Hier hat sich Niklas Süle so ein bisschen festgespielt in der Innenverteidigung. Er dürfte hier Mats Hummels verdrängen, der damit mal wieder auf der Bank Platz nimmt. Süle in der Innenverteidigung. Und Marco Reus dürfte meiner Meinung nach auch auf der Bank Platz nehmen. Julian Brandt ist wieder fit, dürfte von Anfang an spielen. Ebenso Jadon Sancho dürfte fit sein, dürfte von Anfang an spielen. Und dürfte für Beino Gittens kommen. Beide Spieler, die mir gegen Freiburg nicht überragend gefallen haben. Genau, das heißt, Brandt und Sancho rechne ich für Reus und für Beino Gittens. Mein Tipp für das Spiel ist tatsächlich ein 1 zu 3 Auswärtssieg der Dortmunder. Das heißt, ja, Niko Kovac könnte das letzte Spiel sein. Oder die Wolfsburger halten noch länger an ihm fest. Halten sie sowieso schon länger, als ich jemals gedacht hatte. Für mein Top-11-Team werde ich bei Borussia Dortmund mit Donny Mahlen gehen. Er hat mir gegen die Freiburger wahnsinnig gut gefallen. Und ich könnte mir vorstellen, dass er gute Möglichkeiten und Chancen bekommt für Tore, für Assists gegen den VfL Wolfsburg.